Wechsel nach Frankreich Innenverteidiger Nevenso Boutique wechselt zum Essent etienne. Dabei kommt ihm der BVB nach neun gemeinsamen Jahren entgegen. BVB-Verteidiger Nevenso Boutique verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem französischen Erstligisten Essent etienne an. Das bestätigten die Dortmunder am Donnerstag auf ihrer Club-Homepage. Um den Wechsel zu ermöglichen, löst der Club Suboutiques noch bis Saisonende laufenden Vertrag auf. Somit wird keine Ablösesumme fällig. Die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc begründen das mit Nevens außergewöhnlich großen Verdiensten um den Club, sportlich wie menschlich. Suboutique spielte seit 2008 für die Borussia, wurde zweimal deutscher Meister und gewann einmal den DFB-Pokal. Der Innenverteidiger kam in der laufenden Saison nur auf fünf Einsätze über insgesamt 360 Minuten. Beim 16. der Ligue 1 soll der Abwehrspieler einen Vertrag bis 2020 unterschreiben. Quelle und weiterführende Informationen Doppelpunkt Mitteilung des BVB Spieler Profil Suboutique bei Transfermarkt.de